servus leute willkommen zurück zu einer weiteren folge mit mir dem mr ziege ja wir haben in der letzten folge ein paar städte eingenommen und damit werden wir auch weitermachen und meine bautruppe hat mich verarscht einfach irgendwo eine straße gebaut dem muss ich gleich mal wieder auch das hat mich beraten dann halt nicht wir wollten genau die eine kanone sollte eigentlich reichen die stadt muss eigentlich hier sein weil die straße reinführt hat irgendwie kann sein naja jetzt gehen wir erst mal richtung richtung san francisco da ist ja los angeles da drücken wir gleich mal auf der general kommt nicht ganz hinterher da ist aber gleich besser erst mal mit bereitschaft so bevor ihr jetzt dann was wollte der general sollte das mal mit hier erwartet dass man ist der eine wieder vollgehalt ist und daher konnte wir weiter weil wir die karte ein bisschen eigentlich komplett haben wollen schafft man eh nicht ganz außer bord für viele schiffe und viele leute die dann herumreisen und alles mögliche aber das machen wir nicht und wir klicken auf nächste runde und das ist natürlich unsere kanonen an wie soll es auch anders sein ich bin jetzt einfach mal so nett und greift mit denen da unten auch noch die stadt an los angeles mit dem rest gehe ich dann nach boston und die san francisco ein dann habe ich alle so ist der plan die würde ich gerne einnehmen weil die an der küste liegen das wäre so gut so ist die schlafen da gut dann können wir weiter ziehen über den fluss kann man verlaufen dann die stadt rote dann kann ein paar gegner angreifen wer ist denn da ich will ich gar nicht angreifen weil weil er realisieren und ja ich sehe ich jetzt nicht zwar aus zehn euro weil sonst mehr schaden gegen mich machen so dass wieder die spezialeinheit die muss nicht mehr anschauen der fio sparen das sind dann schon beginiere jahres ich will ich jetzt einfach mal so ein halbmöglich befehle da muss ein handelsposten alles klar und ihr wolltet hier eine straße hin warum nicht irgendwo anders da muss natürlich reparieren sonst geht das schlecht ja ich glaube das war es und zack oder gerade bei dem dritten auch noch feier obwohl da gar keine ahnung die 29 die weniger nachher gar nicht nur von mir geht das ist als eger stadt auch mit ihr da liegen zu retten wird sind erreicht ist das reich sehr zufrieden städte wachsen nicht mehr siegler werden nicht mehr ausgült so dass stadt eingeschränkt und die einheiten sind weniger effektive kam das ist natürlich schlecht weshalb wir 2 2 es dauert alles so ewig es hat jetzt mal irgendwelche ressourcen kaufen müssen gewürze gewürze Sitz ich verstehe nicht warum die immer andere Luxusgitter haben wollen und zwar immer Gibt jetzt einfach 200 Gold Dann gebe ich ihnen halt 2 Gold pro Roku Dann halt 3 Moment, das haben wir gleich 8 Ja, genau, das ist ganz klar Ich hoffe Isabella hat irgendwas Luxusgüter Elfenbein Dann Budica Ist auch fräglich, vielleicht kann die uns was abgeben Silbergeblütze Perlen und Pferde Ja, doch kann man schon machen Sind nicht zufrieden, jetzt steigt er trotzdem Dann schauen wir mal, ob wir die einfach Silber abkaufen können Elfenbein Pferde machen wir auch Jetzt ist sie auf 9. Und unsere Einheit durften wieder normal kämpfen Genau Perfekt Die Produktion muss wieder schneller gehen Hier hat sich jetzt noch nicht viel geändert Das heißt wir machen jetzt mal ein bisschen langsamer Warten bis Washington fertig ist Und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld Bis dahin, dass wir 900 zusammen haben Damit wir Los Angeles, Chicago oder New York freikaufen können So, die sind Ja, auch fertig eigentlich Die ziehen wir doch schon mal ein bisschen weiter vor So ein kleines Stückchen Aber nicht weiter Aber nicht weiter Sondern Bleiben wir erstmal stehen Und ziehen mit denen hier weiter So, die Musketiere So sammle ich meine Einheiten überall Damit die gut stationiert sind Eigentlich ja eher bei Isabella Damit die uns da keine Sorgen bereitet Jetzt laufe ich mit denen auch einfach mal weg Brauchen wir nicht mehr wirklich Und machen wir uns auf den Weg nach Houston Und nach Osten In der nächsten Woche natürlich Äh, quatsch, 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 das war falsch Das kann ich sicher machen, weil ich es schon verbracht habe Egal Dann halt in der nächsten Runde Und weiter geht's Auf geht's, auf geht's Ich muss mal schauen Ich glaube ich mache jetzt dann nur noch eine Aufnahme für heute Weil ich momentan nicht so viel Zeit habe Sieht auch gut aus in dem Krieg gegen Washington Der ist jetzt bald weg Der hat nicht mehr viel zu lachen Ich biete der uns ja noch einen Friedensvertrag an Die Stadt Rotsdam blieb den König Ich weiß, natürlich Kann einen Gegner angreifen Und zwar wen denn? Ihr wollt nicht mal eine, äh, Dings hier einnehmen Ist nicht euer Ernst Nee, nicht mit Mühe Jedenfalls wollen wir dann haben Ist fast, ne? Wegen dem Gold Das kann man immer gut gebrauchen Und ihr wollt ist eine Straße So Die geht nach Posten, genau Vielleicht lass den Einreiter da einfach stehen Und die geht natürlich auch mit Tiefe an unten Zack Äh, äh, äh Ich sollte vielleicht jetzt doch wirklich mal ein bisschen warten Mit Angreifen Nur wegen der Unzufriedenheit ist ja nicht, ist ja noch nicht weg vom Feld Sonst hätte ich die mir jetzt dann gleich geholt Aber nein, die Unzufriedenheit muss natürlich, äh, sich erhöhen So ganz zufällig Hey, ich hab euch das Gebiet durch Noch Bautrupp Noch ein Bautrupp Für Für Was auch immer Geht ihr erstmal noch waschen Darüber So Kann ich nichts runter Okay, jetzt müsste Washington nämlich, äh Das Gerichtsgebäude fertig werden Und dann müsste ich gleich wieder neun Zufrieden, Unzufriedenheit weniger haben Und dann die nächste Stätte, die ich einnehmen, annektiere ich glaube ich erst einmal, ne? Um sie dann später zu übernehmen Äh, nicht annektieren, sondern auf Marionette erstellen Es gibt weniger Zufriedenheit, äh, Unzufriedenheit auf jeden Fall Und da haben wir wieder sieben Cool Nächste Politik, vier Rocken, steht sogar dran Äh, Pikini, warum nicht? Achso Ich dachte gerade ist einer von, äh Äh, keine Ahnung, von Japan oder so Na ja Äh, achso, ich war gerade vorwört Ist ja Stockholm Bauernhof ist hier Achso, hier kann ich einbauen Könnte ich Könnte ich natürlich Was ist hier los? Die gehen wieder weg Dann können wir hier weiter bauen Äh, Produktion wählen von Äh, Produktion wählen von Ach, natürlich Monument haben die, äh, äh, zufällig nicht gebaut Kann das mir gar nicht erklären Äh, Mannes Post weiter wollen Und jetzt kann ich ja wieder weiter bauen Weil die Bikiniere in der, äh, in der, natürlich Wenn die Bikiniere die Decken Und es darauf sind, 80 Runden Achso, das ist ja gerade, äh, natürlich Äh, die maximale Anzahl von, äh, Leuten ist ja Kann sich ja ausrechnen Ich will es nicht nachzählen Feiertag Äh, okay Naja Und wenn es halt voll ist Dann will ich nicht mehr Dass ich schon wechselst Funziert in Unzufriedenheit Und Nahrungsverbrauch Jetzt kann ich sie Ja, ich bin so doch Ich brauche das Geld doch Ich brauche das Geld doch Meine Güte Ich kann Geldsgebäude kaufen Naja, alles passiert So, kann man denn hier was bauen Äh, hier Okay Ich möchte den, äh, den Ahl hier so ganz voll meine Warum mit? Lauf dabei mit du für die Sau einheit belötig befehle aber noch ist das bitte ist ja mein problem gott oder schlicht nicht so sind die weg. Dann nehmen wir den Maul-Druck gefangen. Kann von hier ausschießen. Ich würde es jetzt gerne ausprobieren, aber kann ich leider nicht. Die Bogenschützen kann ich auf jeden Fall da hinstellen. So, Boss wird auch eingenommen. Und zwar von der lieben Kanone und dem Lancier. Sollte in zwei Runden maximal geschehen sein. Die nächste Runde. Die lasse ich dann noch mit drin, weil jetzt die Städte ein bisschen mit abgreifen, dann ist die Aufnahme aber schon fertig. Jetzt wird die Kanone fast zerstört. Sollte es sind. Zünden die noch unsere Pferde. Sollte es sind. Das könnte ich aber nicht machen. Speer keltisch. Interessant. Interessant. Na ja. Wenn die Runde fertig gelangt hat, beende ich meine Aufnahme. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Der Kommentar wäre natürlich auf jeden Fall richtig geil und nett für euch. Was ich falsch gemacht habe und so weiter. Ich sehe gerade Spanien hat die Metallverarbeitung gestohlen. Ich sollte die... äh... ... äh... ... äh... ... äh... ... die... ... äh... ... äh... ... stil... ... stil... ... stil... ... genau. Das ist so ein Stil. Naja, egal. Ich bin die Aufnahme. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.